Hallo, cause it's too cold for you here, and now, so let me hold Hey, Leute, ich bin heute wieder von Kanal und diesmal spielen wir wieder eine Runde Brawl Stars. Okay, ich lasse es lieber. Ähm, so, go! So, lecker, ein gerades Box, da sehen wir, was drin ist. Nix, noch gut, außer Gold, aber kein Brawler. Ja, nicht mal irgendein Bonus oder so irgendwelche Tickets oder Javis, also das ist ja erniedrigend. Das gibt ja gar nicht. So, bam, so. Und dann mal auch schon die erste Kiste. Ich bin gerade überlegen, ob ich es vielleicht dann aufmachen soll, am Ende oder jetzt. Ich mach's einfach jetzt auf, ich kann's nicht erwarten. So, was ist drin? Na gut, ja. Ah, gut, na gut. Ein Ticket, ja. Ja, ähm, Bosskampf in zwei Tagen. Ich sag, wir fangen erst mal ganz gediegen mit einer Runde Show. So, schau da unten an, verfluchte Fälle. Und erst mal nicht mehr abgucken. Ähm, das sieht nach... So, hab kurz einen kleinen Cut gemacht, denn es sieht da was dazwischen gefallen, aber ist egal. So, das sieht nach einem Fall aus wie Spike. Let's go! Okay. So. 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 Äh. So. Haben wir irgendwo eine Kiste? Kiste? Ah. So. So, man hat keine Kiste, oder was. Ah. Oh, Junge. Na ja. Hehe. Ich mach's mal als Zeitraffer rein. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.